So, und damit seid gegrüßt zu Dungeon Nummer 15 in Skossglen, und zwar Maddox Wacht. Das Ganze ist hier für den Zauberer. Ja, ich musste tatsächlich Schwarmstock, also das, was ich eben gemacht habe, noch einmal laufen, weil er mir das nicht gegeben hat, obwohl da stand, ich habe alles. Beim zweiten Run ist dann auch der Schlechter aufgetaucht. Ich habe es mit Mühe und Not hingekriegt, ihn zu legen. So. Aber ich wollte da jetzt das Ganze nicht nochmal aufnehmen. Und daher, ja, für euch macht es, denke ich mal, ja keinen großen Unterschied. Und wie gesagt, sorry, wenn ich momentan vielleicht ein bisschen aggressiv rüberkommen sollte. Aber heute ist ein bisschen viel passiert. Aber ich dachte mir, was soll der Geiz? Du spielst gerne, du zeigst gerne die Dungeons. Also, Video anschmeißen und los geht's. Genau. Oh. Schön. Äh, ich gucke gerade... Ah, okay. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Weil heute um 1 Uhr nachts, oder 1.40 Uhr war es, glaube ich, kommt das nächste NHL-Finale. Ja, und das würde ich mir auch gern live angucken. Daher werde ich jetzt noch, denke ich, ein paar Dungeons laufen. Mal gucken. Bin inzwischen Level 51. Also nur noch 2 Level bis zur nächsten Schwierigkeitsstufe. Könnte zwar noch ein bisschen knusprig werden. Äh, hart werden, wollte ich sagen. Oh, schön. Oh, Goldbonus ist immer nice. Hä? Ja, ja. So, ich verstehe jetzt aber... Hä? Ach, weil... Ja. Hier war die ganze Zeit ein Event an. Na toll. Äh. Sorry. Ja, dass ich das jetzt nicht gemeistert habe, ist klar. Das passiert, wenn man durch die Map zu schnell durchrennt. Okay, hier haben wir den Stein, den... Oder die Kiste, die wir benötigen. Also, ich möchte mit so einer schweren Kiste gern auch mal rumrennen können. Hai, jai, 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 jai. So. Mal gut, dass Myrte da jetzt nicht zugeschaut hat. Mit den Büchern. Ne, die Falle ein bisschen falsch aufgestellt. Naja. Aber wenigstens konnte ich einen Gegner reinlocken. Hehe. Na. Na, komm. Ihr braucht euch gar nicht zu verstecken. Ja. Ja, ja, ja. Hm. Ja, also... Wie gesagt, mal gucken. Ich muss dann sowieso erst mal gucken, wo die nächsten Dungeons sind. Hä? Obwohl doch, ich glaube, weiß ich. Gibt da ja eine tolle Internetseite, wo alle Dungeons verzeichnet sind. Zwei von den Dingern sind noch übrig. So. Und weg mit dir. Gott. Da, 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 da. Ne. Okay. Dann gehe ich halt da lang. Okay. Tacho. He, 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 he. Okay. Da geht's dann zum Endwurz. Ich hoffe, dass der Butcher, also der Schlechter, jetzt in dem Dungeon nicht schon wieder auftaucht. Weil das wäre bö... Ach, ich liege, deshalb konnte ich nicht angreifen. Das wäre jetzt wirklich böse. So. Hm. Okay. Ich glaube, es kann sein, dass ich das ein oder andere Dungeon nachvertonen darf. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Na. Wie sollst du das da aufheben? Brauchst du mehr Zeit? Äh, schade. Ich dachte, den erwische ich noch. Aber leider nicht. Aber er hat trotzdem keine Chance gegen uns. So. Ah, da haben wir das Nächste. Ja, das dürfte auch jetzt relativ schnell dicht sein. Jawohl. Ist es. Ist es. Was willst du denn hier? Nicht so wie das eine Mal. Alle Bosse geklatscht. Und dann werde ich von einem Minimob-Leader gelegt. Es war ein bisschen peinlich. Ich bin noch nicht bereit. Ja, komm. Zieh den Finger. So. Ähm. Ja. Ich glaube, hier geht's lang. Okay. Ah. Ah. So. Ich glaube, den nächsten Part nehme ich noch auf. Und den Rest hier im Skloss. Skloss-Sklen. Skloss-Land. Oh, Mann. Werde ich dann Morden für euch aufnehmen. Ja, wenn ihr es seht, äh, habt ich es schon gemacht. Also, ja. Wie gesagt. Äh. So. Ne, da ist. Ah, da. Okay. Hm. Hm. Und tschüss. Boah, die Gegner fallen hier echt relativ schnell. Nur mit einigen habe ich noch so meine leichten Probleme. ne? So. Aber wir kommen doch relativ gut durch. Ja, dürfen jetzt nur noch den Endboss legen hier in diesem Dungeon. Und dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Oh. 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 Ihr werdet es ja hier oben an der Uhrzeit sehen. Sagen wir es mal so. Wen haben wir? Ach, den. Äh. Grabfürsten. Ja, hier auch mit dem dämlichen benommen machen. Oder was auch immer das ist. Äh. Das gefällt mir nicht wirklich. Aber es soll ja auch nicht zu einfach sein, ne? Davon mal abgesehen. Was war das jetzt? Ich war nicht niedergeschlagen. Äh. Ich weiß es nicht. Und damit haben wir auch dieses Dungeon erfolgreich beendet. Ja. Ich gucke jetzt allerdings nochmal, ob es ja, ist auch wirklich beendet. Super. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es hier in den Dungeon Runs weitergeht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Resttag. Gehabt euch wohl. Euer Albtraumwolf Wolf Mingan.